Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Dragon Quest Heroes. Ich habe gesehen, wir haben einige Talentpunkte zu verteilen. Das werden wir jetzt mal direkt machen, wenn wir da hier alle abgrasen. Ich wollte ja das mal versuchen, ne? Da ist vieles ganz nett. Aber mich interessiert doch mal das hier. Okay. Ja gut, kommt dann. Die 5. Okay. So, Jessica. Ich glaube, hier war ich bei dir dabei. Ich werde jetzt aber doch nochmal nach hier oben ein bisschen gehen. Na, einer fehlt mir, oder? Ne, 2. Na gut. Für die 5. Komm, machen wir mal. Ich glaube zwar nicht, dass ich dran denke. Aber vielleicht passiert es ja mal durch Zufall. Äh, so. Mal das. So, okay. Okay. Lucian! Ne, Moment, wo waren die? Ah ne, das hab ich schon, genau. So. Okay, Yengis. So. Sind doch schon ziemlich gut dabei hier teilweise. Vincent. Ah, da kostet das 20, okay. So. Und mit den 4 werden wir nichts mehr anfangen können. Bianca. So. Haben wir noch was für die 5 hier? Ah, da wäre was gewesen, aber... Ne, lassen wir. So. Das war das Maya. So. Nein. Das wollte ich nicht. Okay. Okay, so. Alena. Ja. Also schnell der Lil ist bei ihr. Und Durek. Und Durek. Das wollte ich die ganze Zeit bei dir machen. Genau. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Okay. Ich erinnere mich. Okay. Ich erinnere mich. Und ich erinnere mich schon wieder so grau sichern. Dann habe ich nämlich noch ein paar Heilsteine, die ich gerne aufladen möchte. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Das machen wir noch gerade. Ich möchte komplett gerüstet sein. Das sieht mir nämlich schon wieder sehr schlimm aus. So. Ja. Ich besitze noch zwei andere. Die möchte ich auch segnen. Ja. So. Jetzt aber. Alter Bestie. Der Weltenbaum ist in einem beklagenswerten Zustand. Und als sie sich einen Weg zur Krone bahnen, befällt unsere Helden eine äußerst bange Ahnung. Die Missionsbeschreibung gefällt mir schon jetzt nicht. Die Missionsbeschreibung. Er ist nicht so schön. Es ist ein Schmerz. Sie sehen uns nicht. Sie sind nach unten. Sie sehen uns etwas. Sie sehen uns? Sie sehen uns. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay, ich kann es nicht mehr so machen. Bis zum nächsten Mal werden wir die Hörer-Hörer-Hörer-Hörer-Hörer-Hörer-Hörer-Hörer-Hörer-Hörer-Hörer-Hörer-Hörer-Hörer-Hörer. Das ist das, was ich erwähnt. Aber... Kiefer von Glocken, das ist das, ich werde aufzübren. Nichts! Das ist so lustig! Diese Leute haben wir nicht allein. Die Welt ist jetzt noch nicht verbreit. Wenn es sich zählten, dass es die Hilfe gibt, ohne den Hörer-Hörer-Hörer-Hörer-Hörer-Hörer-Hörer-Hörer-Hörer-Hörer-Hörer-Hörer-Hörer-Hörer. Wir müssen uns nicht zurückkehren. Ach, ich bin sofort, das zu dieser Hörer-Hörer-Hörer-Hörer-Hörer-Hörer. Ach du Scheiße. Für einen Moment habe ich echt gedacht, wir müssen gegen Velasco kämpfen. Das ist die Altar, das ist die Barbados. Okay. Oh Gott! Ich wollte gerade sagen, der sieht so aus, als ob er auf mich zurennen möchte. Na, großartig. Hier sieht so ein bisschen aus wie, ähm, aus Herkules, diese... Wie heißen sie denn? Halb Mensch, halb Ziege. Ihr wisst, was ich meine. Ich weiß auch selbst, was ich meine, aber... Was? Moment. What happened? What happened? Ja, sicher, Pimpel. Was ist denn da passiert? Was haben wir hier? Angriffskraft erhöht. Okay. Alter Schwede. Was geht denn mit dem schon wieder nicht klar? Ich glaube, echt, mein Schwein pfeift manchmal hier bei den Bossen. Bleib stehen, Pimpel. Bleib stehen. Ein Schlundwerter. Ja, natürlich. Okay. Schlundwerter. Du musst jetzt leider gehen. Okay. Den hätten wir. Danke, Medici. Alter Schwede. Was ist denn das Goldklümpchen her? Ich war nicht. Schon wieder? Ja. So. Kommen wir uns um den Schlundwerter. Was ist denn? Da. Oh, ein Flieger. Komm schon, du musst ganz schnell abhauen. Okay. Da sind zwar noch ein paar rausgekommen, aber... Alter! Alter! Jessica! Genau, wach Heilung, bitte. Dann hast du es genau richtig erkannt. Was habe ich da rausgehauen? Und ich trage... Oh! Sehr schön. Alter Schwede. Noch einen? Das reicht jetzt aber so langsam mit den Schlundwertern. Nein, die müssen noch viel... Ihr müsst... Ihr müsst weg. Ihr müsst ganz schnell weg. Okay, jemand hat den Schlundwerter besiegt. Sehr schön. Komm schon. Komm schon. Christian! Oh, genau deswegen. Habt ihr gesehen, wie viel die heilen? Okay. Oh. Die hätte ich gerne noch mitgenommen. Schundwerter, was bist du denn? Alter Schwede. Ich glaube echt, mein... Mich tritt wieder so ein Pferd, ne? Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Ich hoffe, den Schleim treffe ich mit. Okay, er ist betäubt. So, ich habe den Schleim-Schlämer getroffen. Was ist er denn? Ach, da oben! Was tut der da, bitte? Unglaublich. Aber ich habe ihn bald. Ich habe ihn bald. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Nein. Gerade dann, wo ich das aufladen wollte, ne? Ich dachte noch mal. Und sie langsam macht ja ein paar viele Schwundwärter. Und der ist er. Alter Schwede. Alter, immer wenn ich das gerade aufladen will, das gibt es doch wohl nicht. Okay. Oh, mein Gott. Okay. Nein, da wollte ich nicht hin. Oh, mein Gott. Jessica, konntest du mal bitte... Jetzt ist er wieder da oben. Okay, wir haben irgendeinen. Ich würde gerne... Okay. Silberwaren. Oh, Gott. Oh, Gott. Nein, 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 nein. Diese kleinen Mistfächer müssen ganz schnell weg. Ja, sicher. Ja, sicher. Okay. Okay. Oh, sehr schön. Oh, mein Gott. Wo ist der? Wo ist der? Da. Weh, ich treffe den jetzt nicht. Der ist direkt über mir. Ja. Gut, ich habe irgendeinen anderen betroffen. Das ist auch nicht schlecht. Oh ja, da sagst du was. Ich krieg dich, Kumpel. Ich krieg dich. Und das beim ersten Versuch. Oh, mein Gott. Aber im Endeffekt, er ist nichts schwer. Also wir hatten da schon deutlich schwierigerer Bosse. Der war in Ordnung. Also hier ist noch irgendeine andere Form. Wenn ich mich zurückkehren, dann schau ich an! Ich bin jetzt! Komm, schnell! Ich bin der Welt! Ich bin der Welt! Ich bin der Kuss, der Kuss ist der Kuss! Der Kuss ist der Kuss! Was? Der Kuss hat sich die Kraft gelegt. Das war's, der Kuss wird der Kuss. Was ist der Kuss? Was ist das so schlimm? Du bist ... Das ... Wollt ihr euch, die Menschen, dass die Welt zurückkehren, ohne dass es sich nicht darum geht. Wir haben ... dass die Schämmel der Schämmel, bereits verhäte sich. Was ist das? Es gibt auch die Schramda für Schramda, die Schramda nicht verloren. Möchte, Möchte. Die Schramda, die Schramda nicht verloren, werden sie nicht verloren. Wir haben den Schramm-Best in meinem Geist verloren. Ich habe es geschafft, dass ich die Schäufe von Schäufe von Schäufe von Schäufe von Schäufe von Schäufe von Schäufe bin. Ich bin jetzt noch nicht so, was ich? Die Menschen, die Welt zu retten, 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 die Welt zu retten. Das war's für heute. Ich bin mir sicher, dass ich selbst die Zeit für mich war. Das ist das Schlimmste. Aber wenn es ein Schlimm ist, ich kann mich nicht mehr sagen, dass ich das nicht mehr zurückkehren kann. Ich glaube, dass ich das nicht mehr so lange hier bin. Ich bin bereit, dass ich das wichtigste Geheimnis nicht mehr so machen. Ich bin bereit, dass ich mich nicht mehr so machen. Ich bin bereit, dass ich mich nicht mehr so machen. Wurzelbahn! Ja, ja, großartig! Tolle Trophäe! Puximol zu Arborio? Oh, natürlich! Ich vergaß, dass nicht alle von euch mit unserem Schönreich vertraut sind. Die Wunde der Welt ist eine Insel, die vor der Küste Arborios liegt. Ein Ort voller Gefahren, wobei die größte Gefahr sich in seiner Mitte befindet. Ein launischer Vulkan. Es ist ein Ort, an den sich niemand verirrt. Nun, bis jetzt war er das zumindest. Klingt nach dem perfekten Ort für einen Oberschurken, um sich zu verkriechen und Pläne zu schmieden. Hört mir alle bitte einmal zu! Ich habe gerade vom Deck aus die Wunde der Welt observiert und nun, etwas stimmt nicht. Der seltsame Rauch, der in letzter Zeit aus ihr herausquillt, er ist viel dichter geworden. Sehr viel dichter. Hatte Velasco nicht etwas von einer finalen Zeremonie, mit der Shadrack erweckt werden soll, geschwafelt? Natürlich. Das Ritual, von dem er sprach, muss der Grund dafür sein, dass der Rauch sich verdichtet. Möglicherweise, weil der Vulkan instabiler wird. Moment, du denkst, er hat schon mit dem Ritual begonnen? Mist, das klingt eher nicht gut. Wenn wir uns nicht beeilen und diesen Hohen nicht stoppen, haben wir bald ein mächtiges Schuppenproblem. Aber wir werden ihn aufhalten, mein verrundlicher Freund. Kommt, Kameraden, die Zeit drängt. Wir müssen uns auf den kommenden Kampf vorbereiten. Ach du Scheiße. Okay. Irgendwas Neues hier? Tatsächlich neue Nebenmissionen und neue Kugeln, wie es scheint. Na gut, Leute. Ich würde sagen, das machen wir beim nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis dann.